hallo ihr lieben willkommen zu einer neuen folge und zwar geht es um ein neues beet und zwar ein ganz spezielles das ganze schimpft sich keyhole beet oder auch schlüssellochbeet übersetzt und das schon etwas was sich verbreitet auf der welt hier in deutschland aber nicht ganz so bekannt das ist ein ganz spezielles system zum anbauen mich hat das angesteckt und das möchte ich auch mit euch teilen damit es euch ansteckt das wird auf jeden fall ein mehrteil also wieder eine reihe und nicht dass das eine stechfliege war da habe ich auch was fieses gestochen kein bock drauf egal zurück zum keyhole beet die geschichte wird wie gesagt ein mehrteiler und heute fang ich ein bisschen mit der planung ich habe leider die falschen schuhe an habe ich dann erst bemerkt kurz bevor ich dann hier war ist dann heute so deswegen nur planung ein bisschen abstechen ein bisschen mit euch meine gedanken teilen aber ich denke das ist schon ganz reichhaltig für diese erste folge dazu bleibt gespannt bleibt interessiert ich zeige euch jetzt erst mal wo das ganze hin soll und zwar erinnert ihr euch tortenstücke für alle das noch nicht kennen sollten ein bisschen in meinem video stöbern die tortenstücke und dann habe ich hier im bereich wo ich noch nichts gemacht habe wo jetzt das heulack wo wie heißt hier noch goldrute rauke ne rute goldrute und frauenmantel auf jeden fall wachsen die muss ich dann natürlich umsetzen ich hoffe das geht ach das sollte gehen ich bin mal einfach euphorisch positiv optimistisch wenn auch realistisch ich werde euch jetzt noch mal genau zeigen worauf ich gerade gezeigt habe und dann gehen wir das ganze an step by step könnt ihr dabei sein ich möchte euch anstecken das ist echt toll das ist ein geiles prinzip und ja das sollte man teilen auf jeden fall gut okay ich habe zwar jemand der hier mit die aufnahmen springen möchte der hahn von thomas danke fürs timing wunderbar gut und hier um geht das ganze wenn ihr mal guckt hier habe ich am beet angelegt lassen uns mal einfach nicht stören die sonnenblumenbeete bohnen erbsen hier hat ich salat hier hatte ich spinat und so weiter und so fort die rote beete das sieht natürlich gerade nicht so toll aus aber ja für das was ich vor habe oder so wie ich das ernten möchte dürfen die gerade gar nicht so schnell wachsen ja gut und dann habe ich hier einen bereich wenn ihr mal seht das ist echt das so viel platz und da möchte ich auf jeden fall bei gehen und will das sinnvoll nutzen das ganze wie integriere ich das hier die erstmal zu den grundstücksgrenzen ungefähr wo das holz liegt wahrscheinlich gehe ich noch ein bisschen weiter rüber so dass als trampelfahrt das ganze reicht und dann geht das bis hier vorne hin hier immer so ein kleiner kleines kreissegment und neben der roten beete soll noch ein weg längs gehen und direkt links davon man kann es auch letztendlich schon sehen dann einmal von hier da sind die torten stücke noch mal aus dieser sicht rote beete und die zucchini ja und neben der roten beete da soll auf jeden fall hier noch der weg weiter durchgehen und sprich hier wird die beetgrenze sein das gehört dann alles mit zum kiel das ganze ist echt riesig und das will ich auch genauso verfolgen das bedeutet wie gerade schon angekündigt die goldroute muss weg und da unten ein bisschen begraben frauenmantel muss dann auch weg und umgesetzt werden und dann natürlich wieder hinten auch fortgeführt hier im kreise die grenze nach hierhin warum schlüsselloch das ganze wird ein eingang brauchen das wird dann hier sein aber wovon ich rede das zeichne ich euch am besten einmal auf dafür suche ich mir jetzt mal ein platz hier durch die brennnesseln durch wo male ich das ganze denn mal auf stöckchen gibt es genug da ich hoffe der boden ist feucht genug ja das sollte klappen also das schlüsselloch prinzipien wie sieht ein schlüsselloch aus es hat natürlich erstmal einen runden zylinder ja und dann kennt ihr das von diesen alten türen das hier dann so noch und dann geht das so erinnert ihr euch so ungefähr ja das ist das prinzip zwar wird hier dann eingang sein diese grenze verschwindet zack zack das noch mal deutlicher und dieses prinzip hier in der mitte das wird keiner weiter da gang sein damit man überall rankommt sondern hier in der mitte kommt so was ja kompass alles was energie bringt kommt hier in die mitte alles was drum herum angebaut wird zieht sich dann die energie aus der mitte ja und was dann natürlich auch zukommt ist es gibt da prinzipien mit prinzipien mit steinen es gibt prinzipien mit so alten dachziegeln die durchlöchert sind und so das alles auch super da könnt ihr gar nicht so viel verkehrt machen es geht um wärmespeicherung wasserspeicherung wasser abgeben und so weiter das hat alles positive einwirkungen aufeinander damit wir das ganze dann umrandet und in der mitte wie gesagt kompass und wie ich das ganze dann umsetzt das seht ihr bei mir in der praxis in den teilen womit fange ich jetzt an mein geschichte ist natürlich nicht rund deswegen wünsche ich das mal weg dann zu meinen gegebenheiten so könnte so sieht ungefähr mein teil aus also sprich ein riesengroßes tortenstück und bei mir wird das dann hier einen eingang geben und hier in der mitte den kompass also es ist nicht viel anders ist nun keine optimale form rund ist schon denke ich eine ganz optimale form aber ich denke es muss nicht immer perfekt sein das haut schon hin passt es an eure gegebenheiten an das werde ich auch tun da arbeite ich mich jetzt step by step vor wie es weitergeht und wieder kompass selber aussieht wie ich die steine anordnen und so weiter das seht ihr dann auf jeden fall meiner video reihe was kann ich heute noch tun die weitere planung ich werde man die ecken und den eingang so ein bisschen abstecken mit steinen ich habe ja erstmal grob festgelegt, die äußere Umrandung und jetzt geht es ans Keyhole, dass ich da die richtige Öffnung habe und so. Dafür gehen wir jetzt mal näher ran. Gut, noch mal klarer zu erkennen, also von der Knie brauche ich jetzt nicht unbedingt abstechen, das wird ähnlich wie bei den anderen Beeten sein, aber dann hier der äußere Rand, gekennzeichnet mit den Steinen, geht bis da über den anderen Stein bis zu dem da hinten an der Kiste. Okay und hier ist dann der Eingang zum Schlüsselloch, das Schlüsselloch selber und wo der Stein letztendlich liegt bei der Goldrute, das ist ungefähr die Mitte des Kompostes, ich nenne es jetzt einfach Kompost, also in der Mitte kommt alles rein, was irgendwie Leben bringt. Und rundherum, hier die Geschichte, das wird dann nachher alles bebaut und auf jeden Fall mit Nahrung versorgt. Das ist das Prinzip. Ist natürlich alles sehr theoretisch, das weiß ich, aber darum geht es hier ja, das werden Mehrteiler und ihr könnt mal wieder dabei sein bei meinem nächsten kleinen Projekt. Das Prinzip habe ich mir natürlich nicht ausgedacht, ich habe ein Video der Waldgeister gesehen und die hatten da einen tollen Beitrag, ein Gartenrundgang mit vielen, vielen Ideen, einer gewissen Gartenstrategie. Das Keyholebeet war auch ein Teil des Ganzen, da gab es auch noch andere, Mandalabeet und Steinpyramiden und so weiter. Da gibt es einige Sachen, die ich richtig geil fand und die ich auf jeden Fall hier mit integrieren möchte. Da steckt auch was hinter, es macht Sinn und aber was er alles noch auf sich hat, das kommt dann mit der Zeit. Ja, eins nach dem anderen. Für heute soll es reichen Planung ein bisschen Beetumrandung festlegen und eine Richtung einschlagen, die das Ganze dann nehmen soll. Ja, ich freue mich, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid. Ihr dürft gespannt sein. Dies war Teil 1, es wird mehrere Teile noch geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bereichert euch ein neues Prinzip, eine neue Anbaumethode. Also, sie ist schon verbreitet, aber in Deutschland, ich habe das das erste Mal mitgekriegt über dieses Video und bin total begeistert. Tiere, ich kriege Panik. Ja, nachdem ich gestochen wurde und nach der Wespe gerade im Video, bin ich da schon feinfühliger geworden. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.